Karte Naja irgendwo mu- Irgendwo muss das ganze hier hinführen Tja 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 Ich steuer was merkt Ja. Hm. Ich hab da was gesehen. Nix. Schnell bevor er wiederkommt. Fing das Ding auf einmal anzuschießen. Das Ding ist auf jeden Fall gehackt. Jetzt kommen wir ja nicht mit... Da hat jemand rein gehackt. Ja. 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 Schießstände besitzen normalerweise eine externe Ventilation, um den Rauch abzuführen. Die ist vielleicht mit dem Klimasystem des Serverraums verbunden. Gute Idee. Daran hätt' ich denken können. Fischer, pack doch den Alarm auf! Bezieht uns nicht mit einem Gebäude voller Schildner! Ok, das war jetzt eigene Dummheit mit der Tür. Und ich hab' gesagt, mach's ja nicht. Aber ich war so nah dran, so special zu machen. Hm. Nein! Nochmal! 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 Spiel doch! Verdammt 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 verdammt! Wie kann ich das machen, ohne dass er merkt, dass das Ding ausschalten muss? Mach! Schießt ihr auf mich! Okay, dann muss ich... Nein! Nein! Das merkt er! Das merkt er! Ich dachte, ich komm' jetzt wieder in so'n Menü! Hä? Vor allem mal kannst du runter schießen! Was ist das Belüftungssystem da? Wie kann man denn ins Belüftungssystem durchkommen? Ah! Ich... 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 Ich kann mich nicht sehen! Special Move! Ah! Lüftung, vielleicht so eine Oberorientage. Oh! Gott sei Dank! Gott sei Dank! Verdammt, verdammt, verdammt! Die werden beschossen! Krieg in Deckung! Okay! Fischer, pass auf den Alarm auf! Du befindest dich in einem Gebäude voller Söldner! Was ist denn jetzt? Wo ist er? Wo ist er? Okay, der Alarm hätte nicht sein müssen. Hm. Und... ... 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